Was geht Leute? Wir sind wieder zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Wir werden hier gerade überfallen von Lissi. Ben die Schiffe im Bett, ok. Oh Gott, Lissi. Was put in hier in den Rehls? Sprinter doch, du Honk, Alter. Los, Lauf. Ich gucke, ob jetzt noch Dingens pennt, weil er wollte ja, glaube ich, pennen. Sehr gut. Gut. So, was haben wir jetzt? Können wir auch in die Mine tuckern. Los geht's. Ich brauche mir noch ein paar Dias, dass ich einen Verzauberungstisch machen kann. Und dann muss ich auch die Tierfarm weiter züchten, direkt danach, weil wir brauchen nämlich mehr Leder. Leder für Bücher und so'n Scheiß. Und jetzt haben wir Krise, Junge. Ähm. Das ist der reguläre Gang, also gehen wir hier mal weiter. Da ist noch mal ein bisschen Kohle, ja. Ich ignorier das jetzt erstmal ein bisschen, weil ich hätte ganz gerne ein paar Dias. So ist nicht. Okay. Eine Höhle, kriegen wir aber. Ist auch okay. Ach, Leute, in der Höhle, in der wir schon waren. Okay, hier ist er. Ja, nice. Ist das nicht dein Ernst? Nicht dein Ernst, jetzt spielen hier. Gehen wir mal weg. Aber wir haben keine Eisen dabei, ne? Oh. Nee, ich muss... Da haben wir zwei. Puh, jetzt muss ich mir ne verkackte Steinschaufel machen. Strickherpes. Oh, noch ein paar Dias. Oh, ja. Ey! Gehst du wohl vom Tisch runter, Whisky? Oh, ja. Er weiß genau, dass er das nicht darf. Bei mir ist auch noch so intelligent als Katze, ja. Und macht das, wenn ich hier neben ihn sitze. Oh, alter. Sollte er nach den zwei, na genau, fast bald zwei Jahren mal endlich merken, dass er das nicht soll. Genauso wie auf der Küche. Wobei, ich sag mal so. Wobei, ich sag mal so, wenn er es macht, wenn ich penne, krieg ich es ja nicht mit, dann ist ja was anderes. Aber wenn ich neben ihn sitze, sollte er es erst recht unterlassen. Ähm. Der Honk, alter. Come the law. Ähm. Oh, hier. Zack. Ich hab ne Nachricht. Ist die von Benni eventuell. Ist okay. Ne, gut. Okay. Ich hab NordHD nochmal, äh, nach der Pause, ach, Pause, sag ich schon. Nach der letzten Folge nochmal eingeladen. Kevin nochmal eingeladen. Ähm. Ne, Kevin nicht. Kevin ist ja offline. Melissa hat geschrieben, dass sie nicht kann. Das nehm ich jetzt mit. Ähm. Was wollte ich jetzt? Genau. Ich brauch noch Obsidian. Das brauch ich. Den Rest bringe ich jetzt erstmal weg, was wir noch dabei haben. Das ist ja... Ah. Ohne, ach, muss ja hier lang. Muss ja in die Lager landen. So, ähm. Weg mit den Bums. Das kann da rein. Das. Das, das bleibt hier genau wie das. Das Pflasterstein. Schmeiß ich mal da mit rein. Hat sich sogar gereimt. Ähm. Stimmt, wir brauchen jetzt wie viel Obsidian? Für einen Verzauberungstisch? Vier Stück. Bücher haben müssten wir theoretisch, sollte ich das jetzt auch haben. Aber brauchen wir erstmal die vier Obsidian. Ich hole jetzt erstmal nur vier, dass ich eventuell verzaubern kann dann schon. Also wenn die Bücher drumherum sind, dann kann man nämlich Level 30 auf der Zauberung machen. Da steht zwar meist nur Effizienz 3 oder irgendwas anderes oder Glück 1 oder was auch immer steht da dann halt. Aber wenn du auf Level 30 verzaubert hast, hast du Glück, dass du drei bis vier Verzauberungen auf einmal kriegst. Deswegen. Noch einmal hier. Aua. Weiß nicht, wie lange das dauert. Aber wenn man Effizienz hat, dann geht es noch ein bisschen schneller. Deswegen warte ich damit. Sehr schön. So. Wenn ich den stehen habe, muss ich da erstmal Benny und Co. schreiben. Weil ich glaube, Lissi und Benny sind in einer Party. Das heißt, dass ich denen sagen kann, hier, Verzauberung ist fertig. Genau. Viere. Jetzt muss ich hier wieder nach oben. Fug. Und ich kann da jetzt nichts... Hey, wobei, ich mach einfach den hier. Hoho. Ah, ich liebe es. Das Wassereimer. Nein, 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 nein. Nice. Machen wir zwei noch ein bisschen Fleisch aus der Kiste. Muss sowieso noch ins Lager, weil wir Bücher brauchen. So. Können wir uns gleich aus den restlichen Diamanten noch eine Spitzsacke machen. Dass man am besten, bestenfalls eine Effizienz hat, mit dem man jetzt endlich einen Kobbel und so einen Scheiß abbaut um Eisen. Und Gold. Dadurch kriegst du ja kein Glück, dass da wirkt das ja nicht drauf. Und halt eine Glücksspitzsacke für Diamanten, Redstone und Gold. Äh, äh, Kohle. Do you know what I mean? So. Haben wir denn noch Bücher? Weil das bräuchte ich. Bücher, Bücher, Bücher. Monster, 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 Monster. Okay. Easy. Holz haben wir auch. Easy. Nice. Ähm, dann einmal. Bam. Ähm, wir brauchen noch Bücher. Bücherregale. Ah, bezaubernd. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie viele Bücherregale man braucht. Aber hey. Vielleicht mach ich auch einfach eine Bibliothek oder so. Ähm. Aber wo dübel ich den denn hin, Alter? Schreibt mal eben Benni, weil der hat davon sowas auch mehr Ahnung. Ach, und, äh, wenn ihr verzaubern wollt. Ich hab jetzt den Verzauberungstisch gebaut. Ich grad noch ein paar Dias gefunden hab. Und ja, jetzt geht das jetzt los hier. Nur damit ihr Bescheid wisst. Müsst ihr in mein Haus kommen? Das hier, glaub ich. War ich wahrscheinlich im ersten Stock oder so bei mir rein. So, damit die schon mal Bescheid wissen, dass sie mir mehr verzaubern können. Na. Vor allem Zweierbreite. Das sieht sonst unsymmetrisch aus. Arg. Fug. Das ist dann aber auch wieder Zweierdingens. Ach. Kacke. Oh, fuck. Da sollte kein... Ah, fuck. Jetzt kriegen wieder Bücher. Hass. Welches Level würden wir jetzt theoretisch bekommen? Level 12. Level 12. Gut. Jetzt. Level 14. Ich mein, das war so. Level 28. Level 30. Und LARP ist LARP zu bauen. Wir müssen jetzt noch eine Truhe organisieren. Und da unser LARP ist rein. Verstauern. LARP ist LARP ist LARP ist LARP ist LARP. Oh, nur 53. Oh, Krise. Einmal nach unten. Ich brauche noch... Oh, es wird schon wieder Nacht. Ist das denn ernst, Minecraft? Bruder. Eine Truhe für das LARP ist LARP ist LARP ist LARP ist LARP. Packen wir die restlichen Kackbücher mal weg. Bücher, 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 Bücher. Ne. Da. Da, 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 da. Dann packen wir mal unsere Mitspieler ab. Okay, für die ARS, MR-Fans. Wollen die nicht pennen? Woher wusste ich, dass das nicht passieren wird? Dass die nicht pennen werden. Aber wir wissen halt, spätestens nach drei Tagen, wenn wir die wach waren, schlafen. Wegen, äh... Phantom. Aber da habe ich bei drei gegessen. Mach doch vier. Ich warte halt drauf, dass die pennen gehen. Dafür wäre ich sehr dankbar. Genau, kann man in das LARP ist reinpacken. Was kriegen wir denn hierfür? Aha, nur Glück zwei. Wie? Oh, Fug. Ich brauche aber Glück drei. Na, okay, das ist dann schon mal eine angenehme Spitzhacke, mit der man arbeiten kann. Oh, toll, da kriegen wir eine Haltbarkeit. Aber ich mache mir jetzt noch eine Eisenhacke, weil ich habe keinen Bock, die Glück zwei da reinzudrücken. Effizienz. Effizienz und Haltbarkeit. Ach, Bruder. Konnte man nicht an... Hatten wir schon mal einen Schleifstein? Dann würde ich die Verzauberung wieder von meiner Diahacke runter machen. Weil ich will ungern nur mit Glück zwei arbeiten. Wenn das nur Glück drei wäre, weil Glück drei ist das Maximum, ich muss ja das Maximum raus, weil das wäre halt... Bullshit. Hatten wir schon einen Schleifstein? Ich glaube nicht. Was brauchen wir für einen verschissenen Schleifstein? Stein... Haben wir das? Haben wir davon irgendwie was technisch mäßig da? Was das jetzt denn ernst spielt? Warte, wie viel brauchen wir hier? Drei. Gut. Ist das ein Krampf? Weil wenn das Glück drei wäre, geil, würde ich schon machen. Und ich habe gehofft, dass wir eventuell Glück drei bekommen, oder... Die ist perfekt, also für das Abbauen von einem normalen Stein. Effizienz und Haltbarkeit drei. Wobei... Ginge sogar noch besser mit Effizienz fünf. Aber da bin ich mal nicht so klein, nicht. Nur bei dem Glück, ich brauche halt Glück drei. Vielleicht immer das Maximum rausholen. Alles andere ist Bullshit. Ich verstehe... Ich verstehe... Alles andere ist Bullshit. Hä? Ach! So... Wo ist er? Da ist er. Ja... Los, los, da. Gib mir den scheiß Schleifstein. Was ist er denn für einen hohen Sohn, Alter? Genau du! Brauchst mich gar nicht angucken. Reparieren, entzaubern. Chillig. Die Eisen behalte ich trotzdem, die Eisenkacke. Verkoppelarbeiten und so. Ich muss jetzt nach oben. Die wollen aber auch nicht pennen, kann er... Die sind safe. Ich meine... Entweder sind die sich irgendeinem runtergraben, oder die bauen sich... ...gerade irgendwie was oder so. Keine Ahnung. I don't fucking care. About this. Ähm... So, das brauche ich nicht. Das packen wir weg. Klar, das kommt nach oben. Ich bin mal auf die Scheißsteinstufen. Hey, Guys. Effizient ist für den Fall... Ach, Bruder. Ich brauche eine Glücksspitzhacke. Mann! Das kann doch nicht sein, Alter. Ich brauche eine verkackte Glücksspitzhacke. Ohne geht nicht. Bruder. Was muss sich hier lohnen, wenn wir Dias finden? Glück 2. Müsste ich eigentlich gleich wieder zum Verzauberungstisch rennen, Alter. Komm, gib Papa Glück 3, Bitch. Effizient ist für mich tückeln. Willst du mich triggern? Ach, Bruder. Mach nicht Auge jetzt, Alter. Ich werde jetzt alles liegen lassen, was wir mit Glück abbauen müssen. Sonst kommen wir hier nicht voran. Das ist doch belastend. Mann! Ich will kein Glück 2. Das ist Bullshit. Mit 2 kann man nichts anfangen. Ich brauche Glück 3. Ach, miese Krise hier, Alter. Ja gut, dann haben wir jetzt hier gleich ein bisschen... Ein bisschen was abzubauen. Effizient. So, haben wir hier ein paar... Oh, Alter. So. Wenn man macht halt Bücher, aber Bücher ist das Problem, du brauchst erst... Oh, können wir pennen eventuell? Das wäre sehr aran. Ich guck mal, ob die noch mal pennen können. Oh, bitte geht's schlafen. Tut mir den gefallen. Oh, geil. So, Lissi, 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 Lissi. Lissi, 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 Lissi. Wo ist der Creeper, Alter? Oh, Digga, warum sprintest du nicht? Bist du behindert? Geht doch. Toll, kein Glück. Dann werde ich gleich noch, wenn ich wieder oben bin, Öfen anfeuern. Das steht fest. Das steht definitiv fest. So, EP bekommen wir, wenn wir wieder auf 30 kommen. Redstone Kohle ist für Glück. Das bleibt dann stehen. Genau, zack. Das bleibt dann stehen. Oh, schon mal Eisen, sehr gut. Weil da hat das, da, bei Eisen und Gold, da wirkt kein Glück. So, warum auch immer, I don't know. Oh, das werde ich mir jetzt auch erstmal zu Genüge führen. Was I was gucken? Das kann man nämlich auch noch da überall reingucken, ob da Zeug ist und so. So, kann man so eine Werkzeuge auch ein bisschen verwurschteln. Hier können halt überall neue Stripmine-Gänge entstehen und so. Das ist... Nice. Ich habe erstmal die Standard Eisen spitzart geschaut. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass wir kein Glück drei bekommen haben, Alter. Das ist belastend, dass das... Oh, Mann, ey. Oh, ein Packet 3 ist doch belastend. Mann, Schärfe oder so ist ja noch nice gewesen, oder? Bann oder... Rückstoß. Richtig behindert. Ah, da freut sich unser Kobbell-Lager wieder, unser Pflasterstein-Lager. Oh, nice. Smarag, dafür brauche ich aber auch Glück. Richtig, also können wir schon noch einmal tun. Penny hat eine Sprachnachricht gemacht, aber hm, nicht so, äh, lol, das ist ja auch Licht. Das finde ich nicht so nice. Ja, das hole ich mir gleich zwischen den Folgen an. Beziehungsweise die Folge ist eh gleich zu Ende. So, schnell gönn dir die Scheiße. Krieg die Öfen mitbefeuern direkt, äh, beziehungsweise gucken, was wir noch brauchen, ob wir noch Glattensteine, wie viel wir davon haben, oder wie viel, oder, äh, Geziegeltensteine, oder wie das heißt. Weil davon hätte ich dann ganz gerne, äh, eine Reihe in der Tour auf Lager. Das wäre ganz angenehm. Können wir eventuell auch noch ein bisschen, äh, Dingens brennen. Lehm, für Ziegelkriegen, weil, was wir haben, haben wir, aber wir brauchen EEP zum Verzaubern, also, gib ihm. Oh, Eisen. Nice. Das brauchen wir nämlich auch. Wegen Brennen und so. Für, äh, Zeug. Für Werkzeug. Was wir dann irgendwann nicht mehr brauchen. Weil, wegen, dir. Na, Whisky, du Stinker. Was willst du hier machen, hä? Die Spitz hat nämlich auch mal im Anus. Und genau, wie der Timer, chill ich, ähm. Effizienz 5, Unhaltbarkeit, gut. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, teilt das Video, schaut in die Videobeschreibung, folgt mir auf Instagram, Twitter, Reddit und Co. Und macht's nicht gut, macht's besser, ciao mit V.